Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider Underworld. Das hängt natürlich an damit, dass es hier rumbuckt. Und bumm 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 und wuhuui! Deine Mutter bleibt nicht liegen und BAM! Und ich bin jetzt angerannt. Tomb Raider und BAM! Und bleib liegen gefotzte Sohn und BAM! Und oh yeah bin ich geil und BAM! Ich bin noch nicht tot. Nein, ich bin noch lange nicht tot. Hier, stört, nimm das! Hi und willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. So, wir sind ja hier stehen geblieben zuletzt. Und ich weiß jetzt nicht so genau wie es weiter geht. Gucken, kann man das so töten? Ja, es verliert auf jeden Fall bei beiden Leben. Das ist noch ein zweites. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt wirklich von hier so töten kann. Gucken wir mal. Oder kommt es immer wieder neu wieder? Okay, scheinen beide wohl tot zu sein. Naja, gut doch. Und noch einer. Ähm, na gut. Nicht so toll. Gucken wir mal, können wir da ran? Nein. Okay, wir sind tot. Cool. Ich hab jetzt echt gedacht, da könnte man irgendwie so hin. Aber nein! Nein! Wär zu einfach. Also müssen wir dann von hier aus, da rüber. Wollen wir hier amtig hoch? Okay. Na gut, dann machen wir das halt so herum. Sagen wir mal, wie war das ein? Ich muss gucken. Okay, da können wir dann so. Ähm. So, was will ich hier? Was hänge ich hier? Das ist oftmals das Problem bei mir. Okay, wenn ich irgendwie hier so bin. So, und jetzt? Was mach ich nur? Mal schauen. Also es wird ja nicht irgendwie ohne Grund hier so sein, dass man sich hier festhängen kann. Oder etwa doch? Ne. Ich glaub ich weiß sogar wie. Okay, also ich weiß jetzt auf jeden Fall das nächste Mal. Also jetzt werde ich da nicht, äh, hingehen. Also mich da irgendwie festhängen. Ich glaub da muss ich auch gar nicht. Ich glaub das war jetzt ein großer Fehler von mir. Was ist denn da unten noch? Allerlei mögliches irgendwie, was aber nicht nötig zum Einsammeln ist. Wie dumm das ist. Was? Wie dumm, aber saudämlich. So. Au. Au. Pfff. Wie. Ganz ehrlich. Wie blöd muss das Spiel sein? Das ist doch kacke, ey. Steht mir das Monster da im Weg. Also, wir müssen echt hier. So. Verbild mich nicht, was soll das? So, wir springen hier drauf. Gerade ihm ging das doch. Da. So. So, aber ordentlich nicht. So. 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 So.